Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video aus dem Bereich NFTs und es gibt einen geheimen Kniff, wie du an geheime Informationen kommen kannst. Und zwar im Chat. In welchem Chat denn? Einerseits im Twitter-Chat und andererseits im Discord-Chat. NFTs, wir haben letztens bei mir in meinem Mentoring drüber gesprochen. Einer der Teilnehmer hat gesagt, Mike, was ich wirklich jetzt final verstanden habe, der Erfolg bei NFTs hängt nur von einer Sache ab und das ist Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Sich mit anderen verbinden, mit anderen kommunizieren, mit anderen in Verbindung treten, um drüber zu sprechen und zu schauen, hey, wo gibt es neue Infos, die ich für mich verwerten kann, die ich auch anderen geben kann. Das ist nämlich genau das, was wir in unserer Community machen. Wir haben mein Mentoring und wir treffen uns einmal die Woche im Zoom-Call und wir haben aber auch einen Discord mit dabei und in diesem Discord arbeitet die Community alle füreinander. Der eine beschäftigt sich sehr mit dem Bereich, der andere sehr mit dem anderen Bereich und jeder zieht eben aus Geheimchats teilweise Infos raus und sagt, hey, Leute, da wird das und das bei dem Projekt passieren. Deswegen wäre es wahrscheinlich jetzt schlau reinzugehen, weil es danach durch die Decke gehen wird. Und ich möchte dir deswegen zeigen, wie du selber an solche Geheiminformationen rankommst. Wenn du dich für mein Mentoring interessierst, hier unten ist der Link, lass uns gerne telefonieren, schauen, wenn du da wirklich tiefer in das Thema einsteigen möchtest und sagen möchtest, hey, NFTs möchte ich lernen, DeFi möchte ich lernen und ich möchte lernen, welche Kryptowährungen es gibt, die mit NFTs und DeFi zu tun haben, um an diesem Bereich früh zu partizipieren. Dann, wie gesagt, trag dich hier ein in den Kalender und dann schauen wir mal, dass wir gemeinsam telefonieren. Wo gibt es denn diese Geheimchats? Also einerseits auf Twitter. Ich habe schon ein anderes Video gemacht, welchen Menschen du auf Twitter folgen solltest, um im NFT-Bereich noch erfolgreicher zu werden. Und es gibt eben auch sehr viele Discord-Kanäle. Und diese Discord-Kanäle findest du immer in der Regel entweder bei dem Projekt selbst, auf deren Website oder eben auf der OpenSea-Seite. Deswegen gehen wir jetzt hier mal ganz kurz bei OpenSea rein. Ich habe hier gerade ein Projekt offen. Ich mache hier mal Screenshot an. Das ist ein Projekt, das heißt zum Beispiel Where My Vans Go. Jetzt hast du hier oben rechts immer die Bereiche, in der Regel Website, dann Instagram-Kanal, Twitter und eben auch meistens hast du hier Discord mit dabei. Lustigerweise, Where My Vans Go, da ist der Discord hier gar nicht angezeigt. Aber ich kann dir zum Beispiel mal sagen, Akku-Chapter, wenn wir jetzt hier mal reingehen, hier sind die Akku-Chapters. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Dann gehst du hier drauf und dann hast du hier das Discord-Zeichen. Und dann kannst du eben hier in den Discord reinkommen. Dann geht hier auf Einladung annehmen. Mika, so heißt der Künstler von Akku, hat dich eingeladen beizutreten. Dann gehe ich jetzt hier mal in diesen Discord rein. Und wenn du in so einen Discord reinkommst, dann siehst du hier in der Regel gar nicht so viel. Du siehst meistens nur einen oder zwei Sachen und dann musst du ein, zwei Sachen machen. Meistens geht es darum, dass wir erstmal hier oben Announcements oder Rules of Akku World hier einmal reingehen und dann musst du das hier meistens einmal bestätigen. Und dann musst du manchmal noch bestätigen, dass du die Regeln liest. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp. Es geht nämlich darum, dass du, wenn du einen NFT zum Beispiel von Akku hast, wenn du ein Chapter hast, dass du dich mit diesem Discord-Kanal verbindest, denn dann passiert Folgendes, dann gehen versteckte geheime Kanäle auf. Zum Beispiel ist es hier bei Akku so, wenn du ein Chapter hast, siehst du nur den Kanal Pilgrim. Wenn du zwei Chapters hast, siehst du den Kanal Citizen. Und wenn du drei und vier Chapter hast, siehst du diese Kanäle. Und nur wenn du alle Chapter, die bis jetzt veröffentlicht wurden, und wie gesagt, ich habe ein Akku-Video gemacht, dann siehst du den Kanal Astronaut. Und dann kannst du eben hier in den Kanal Astronaut reingehen und hier bekommst du sehr, sehr viele, sehr, sehr wertvolle Infos. Ich gehe jetzt hier auch gleich wieder raus, weil sie darauf hinweisen, dass du diese Infos nicht veröffentlichen solltest, die du hier in diesem Bereich bekommst. Und dann geht es genau darum, dass du dich, ich schalte mal hier wieder um, dann geht es darum, dass du dich mit anderen vernetzt, dass du dich mit anderen unterhältst, dass du sagst, hey, ich bin auch hier dabei, ich habe auch diesen NFT. Und eben, um in diese geheimen Kanäle reinzukommen, brauchst du meistens den NFT schon aus diesem Bereich. Und es gibt ja ganz günstige NFTs auch. Ich habe letztens zum Beispiel, keine Ahnung, wo sie heute stehen, wo du dieses Video siehst, Women and Weapons zum Beispiel gekauft für, die waren zwischendrin unten auf 0,1 Eter. Gary Vee hat die sehr groß promotet, weil er gesagt hat, hey, an die glaube ich, ist eine coole Kunst. Ich finde die Kunst auch sehr geil. Schau mal vielleicht rein, wo die jetzt gerade stehen. Women, also W-O-M-E-N, and Weapons, W-E-A-P-O-N-S. Frauen und Waffen. Das ist ganz coole Kunst. Ja, ich kann es dir ja mal schnell zeigen an dieser Stelle, dass wir hier nochmal, machen wir nochmal Screenshare an. Gehen wir hier mal drauf. Zack, Women and Weapons. Ganz, hier haben wir sie. Also siehst du, Floor, buy now, low to high, Floor der günstigste, ist sogar bei 0,08 nur. Also mal schauen, wo die sind, wenn du dieses Video dann anschaust. Aber ich finde die ganz cool. So Frauenbilder wie aus einem Tarantino-Film raus mit Waffen in der Hand. Eine lustige Idee. Auch die haben übrigens natürlich hier oben einen Discord, in den kannst du reingehen und dann kannst du die Einladung annehmen. Und meistens, um diese Verbindung zu schaffen, dass du mit so einem Discord verbunden bist und auch in die geheimen Kanäle reinkommst, das funktioniert über Verification. Da gehst du dann hier rein und das ist entweder Rufezeichen Join oder Rufezeichen Verify. Ich würde dann jetzt hier mal Join eingeben, dann sagt er, achso, ich muss mich erst zu einem Voice, ah ja, nee, please check DM. Dann gehe ich hier in meine DMs rein, zu Colorblend, gehe hier, klicke hier drauf, dann öffnet eine Seite und dann muss ich meine MetaMask verbinden. Ich habe meine MetaMask jetzt gerade nicht entsperrt. Und wenn die MetaMask dann verbunden ist, dann ist es nur ein Klick und dann kriegst du eben hier spezielle Rollen in diesem Bereich. Hier kannst du reingehen und kannst eben sagen, hey, du kriegst hier andere Zugriffe. Und da sind natürlich auch Menschen drin, die dieses Thema auch sammeln, die diesen NFT auch sammeln. Und von denen kriegst du natürlich Infos, weil das auch Menschen sind, die da investiert haben und sich damit beschäftigen und deswegen Infos haben, die du vielleicht noch nicht hast. Genauso ist es bei Twitter. Schauen wir wirklich nochmal nach meinem Video und schauen, welchen Twitter-Menschen ich folge. Du kannst bei Twitter jederzeit jemanden anschreiben. Es bringt nicht so viel, jemanden unbedingt über DM, also Direct Message, über Nachricht bei Discord anzuschreiben, weil da wird sehr viel Scam betrieben, also da werden sehr viele Menschen um ihr Geld betrogen. Bei Twitter ist es nicht so leicht, weil du da ja mit E-Mail-Adresse und so weiter angemeldet bist und deswegen kannst du dort einfacher mit Menschen in Kontakt treten. Du kannst erst mal unter deren Beiträgen drunter schreiben und dann kommst du in den direkten Kontakt. Ich habe auf Twitter auch schon extrem wertvolle Hinweise bekommen, was interessante NFTs sind und wo die Reise hingehen könnte, was gute Investments sein könnten. Jo, also, das war ein Video darüber, wie du solche Chats findest. Wenn du dich für den Bereich interessierst, wenn du sagst, hey, NFT ist, da möchte ich einsteigen, da möchte ich mehr davon lernen, dann will ich wissen, wie das geht, dann komm gerne ins Mentoring mit rein. Das Mentoring ist wirklich, wir sind eine supergeile Community. Wir hatten letztens einen NFT-Drop, da haben wir gemintet, da gab es vier verschiedene Farben und wenn du alle vier NFTs hattest, hast du einen fünften für 0,2 Ether geschenkt dazu bekommen und du hast dann natürlich zwei grüne und zwei blaue bekommen und hast noch einen roten und den lilanen gebraucht. Und da haben wir als Community uns vernetzt, haben untereinander die NFTs getauscht, sodass jeder, der ein Set haben wollte, dann auch ein Set bekommen hat. Und das ist nur einer von ganz, ganz vielen Vorteilen, in unserer Community zu sein, in unserem Mentoring zu sein, natürlich auch früh von interessanten Projekten mitzukriegen. Also, wenn du dich dafür interessierst, hier drunter ist der Link zu einem Kalender, trag dich ein, dann führen wir ein Telefonat und schauen, ob das was für dich ist. Jo, ich kann dich nur ermutigen, tauch ein in diesen NFT-Space, sprich mit Menschen, vernetzt dich mit Menschen, du kriegst extrem wertvolle Infos und wirst damit viel, viel erfolgreicher sein in dem Bereich. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, gib einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, betätige die Glocke, leite das Video auch gern weiter. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen, wa? Liebe Grüße, ciao, ciao.